Das darf nicht wahr sein, noch ein Part. Nein. Doch, das ist wahr. Ich bin ein Dämon. Ist mir egal. Ich bin mächtiger als alles andere. Hey, weißt du was? Fick dich. Ich kann doch nicht gegen ein Kind verlieren. Ey, ich bin 20, du Arsch. Nein. Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von Minish Cap. Yo. Warti ist boot. Das hast du gut gemacht. Jetzt lass uns schnell Zelda vom Fluch befreien. Okay. Ich kann nicht hinzdrücken. Und ich bin fast tot und ich schieße gerade einen Fall zu Zelda. Gut, Link. Jetzt verwandle Zelda mit der Kraft des Schwertes der Vier zurück. Darf ich mich jetzt mal heilen? ZZH! Ah, so. Zelda, gibst du mir ein Küsschen, damit ich wieder mehr Leben habe? Und, Link, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein gewonnen war, konnte ich dich sehen, Link. Achso, in meinen Träumen. Ja, klar. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück, wir kamen doch rechtzeitig. Oh nein, das Schloss stürzt ein. Wir müssen schnell hier raus. Lauf! Wie immer. Das Schloss geht in jedem Dings immer kaputt. Na nun, der Ausgang ist blockiert. Dann schnell zur Heiligen Stätte. Ich brauch was zum Heilen, verdammt nochmal. Auch nicht hin. Okay. Ist hier irgendwas zum Heilen? Das ist ja voll cool. Äh, das ist ja auch Fläche unten. Ja, Heilmöglichkeit. Kommt her. Ja. Oh, geil, ich kann mich noch reilen. Äh, nicht, dass ich es nötig hätte, aber. So. Zack. Und noch zwei Flaschen füllen. Man kann ja nie wissen. So. Einmal und zweimal. Danke. Und wir bewaffnen uns natürlich mit unserem Schild. Und los geht's. Oh Gott. Mir entkommt ihr nicht. Ihr sollt die Kraft des Dämones. Warty, der was vor uns erlangt hat, erfahren. Oh nein. Du siehst scheiße aus. Oh. Clown. Ähm. Ja. Ja, danke. Hau mich doch genau in die. Warte mal. Ähm. Das hier. Ach ja. Ähm. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh doch. Ich würd gern da rein. Danke. Ich muss das Richtige finden. Das, was mich verfolgt. Das ist das Echte. Und tot. Das, was mich verfolgt. Das Auge. Das ist das Echte Auge. Darf ich mich da bitte mal... Danke. War da jetzt grad nicht so viel verlangt, oder? So. Ich bin mal wieder weg. Warty, du gehst mir auf den Nauersack. Ah. Ne. Das war jetzt blöde? Das so. Ne, du verfolgst mich nicht. Na doch. Du warst mich verfolgt. So. Und kaputt. Nein. Oh, warte. Ich hab grad ein bisschen böse geguckt. Als ich grad seinen Arm kaputt gemacht habe. Tut mir leid. Aua. So. Und jetzt hier zusammen. Ja. Das war Vierer-Action. Nein. Einer hat nicht getroffen. Ah, schade. So, Leute. Jetzt komm noch mal hier. Ah. Nochmal. Kommt schon. Das schaffen wir, Leute. Kommt schon. Und? Nein. Fickt euch hier. Scheißdinger. So. Mann. Nee. Nervt. Nein. Nein. Warum trifft denn einer nicht? Kommt schon. Deine hat das so gut funktioniert. Und nochmal. Kommt schon. Oh. Kommt schon. Das schaffen wir doch hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Was ist los hier? Komm. Du bist doch. Meine Fresse. Pff. Dürf ich mal fragen, was das gerade war? Ach, Mann. So, richtig. Yeah, und jetzt Vierer-Action. Nochmal. Nein! Der Echte hat nicht getroffen. Nochmal jetzt hier, komm schon. Nochmal, komm schon hier. Link! Jetzt schaust du. Und? Yeah, nochmal Vierer-Action. Es ist tot. Es ist tot. So etwas Dummes. Was ist mit meiner Kraft? Das war's? Deiner monischen Kraft? Ich explodiere von innen aus. Und ich bin tot. Da ist die Mütze der Wünsche. Yay. Oh, Link. Schön, dass es dir nichts passiert ist. Du hast Wadi besiegt. Das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss. All die Menschen. Meine Mütze. Etzolo. Oh Gott, oh Gott. Was passiert mit mir? Wer hätte das gedacht? Nun, da war die Besiegte ist. Ist auch sein Fluch von mir gewischt. Mein Name ist Etzolo. Das wissen wir. Wir sind die ganzen 57 Parts mit dir gereist. Ich bin der Weiße von Tibor. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeih mir. Viele Menschen mussten sterben. Der Schloss ist zerstört. Doch gebt die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestelle zurückgelangt habe, lässt sich mit Zeldas Faust und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Stoop! Äh, Puck! Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfalte die Mütze ihre wahre Kraft. Nun denn, Zelda, bete ins Brünstig für deinen Wunsch. Also ins Geheimen oder Dings oder sonst irgendwas. Dung! Alles wird wieder so hergestellt, wie es früher mal war. Alles wird geheilt. Ach, ist das nicht schön. Die ganzen Leute, die Soldaten, die Dienstmädchen. Die Monster verschwinden alle. Redshot! Yay! Die heilige Stätte verwandelt sich wieder in das, was sie erst mal war. Entblühender Ort. Mit grünen Wiesen und grünen Buschen. Ah, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder, wie es vorher war. Ja, ich spüre die Lebenskraft über Quellen. Selbst die magische Mütze erzittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Das hast du uns auch schon erzählt. Sie erfüllt die Männwünsche der Beträger. Das hast du uns auch schon erzählt. Weil Vati so ein böses Herz hatte, wurde er zu Ende. Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Forks können ein Wunder verbringen. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Tylori, Tyloria, das sich nur alle hundert Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Tyloria, ich weiß. Durch meine Schuld geschahit viel Leid. Doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Heilwohl wieder im Glanz. Was haben wir gemacht? Wir haben die ganze Arbeit gemacht. Link, was ist mit mir? Link, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliches Einblick. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Was, nur ein bisschen? Ey, ich fange hier gleich an zu weinen, du Arsch. Nimm bitte dieses Geschenk. Yeah, wir haben nur Mütze. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht hier, kleiner Held. Alles gut. Mausblut, Ätzelo. Lebe wohl. Hättest du auch als toser Stüppi reindurfen können. Egal. Die Credits. Ja, die Credits. Ja, Leute. Das Let's Play Minish Cap ist durchgespielt. Ich hab's geschafft. Zwar nicht 100%. Weil ich weiß, mir fehlt noch eine Bogisenbombentasche. Mir fehlt noch ein größerer Köcher. Aber, naja. Ich hab das Spiel durchgespielt. Ich freu mich. Und, äh. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, natürlich. Und, äh. Und, äh. Was? Was hätte ich jetzt noch? Und zwar. Ich kann noch zwei Sachen holen. Ja, doch. Drei, glaube ich sogar. Und die Sachen werde ich jetzt noch holen. Oder zwei. Es ist nämlich nur zwei. Und diese Sachen werde ich jetzt noch holen. In den nächsten Part. Das ist so kurzer, kleiner, mini Part. Und, ja. Dann sag ich. Wir genießen jetzt noch diese schönen Credits. Und dann ist das. Kommen noch zwei kleine Sachen. Die holen wir ja im Part. Und dann ist das. Let's Play. Vorbei. Ja. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch auch für die ganzen, äh. Ja, dass ihr zugeguckt habt und so. Dass es euch gefallen hat und so. Ich hoffe, natürlich, es hat euch gefallen. Ähm. Ja. Na, mir sehr viel Spaß gemacht, natürlich. Na komm, mach hin. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben nicht so viel Zeit. Oh, Warty. Warty finde ich einen der coolsten Charaktere überhaupt. Ich weiß es nicht. Ich finde den Foucault als Bösewicht. Wir haben nicht so viel Zeit. Shigeru Miyamoto! Satoru Iwata! Sie geht auch weiter, solange die Kraft des Vos es will. Aber leider gibt's ein Problem. Und zwar... Vos Swords kannst du leider nicht spielen. Also Leute, speichern! Yay! Und damit sehen wir uns dann in den letzten kleinen Bonus-Part. Macht's gut! Tschüss!